Willkommen zurück zu Dead Island und ich bin hier gerade am Faden. Du kannst das nicht, ich bin der Pro. Oh warte. Ey, warum jetzt? Toll, die Scheibe ist im Arsch. Welche Quest habe ich nicht angenommen? Wenn du dich ein Jahr auf ne Zombie-Version vorbereiten könntest, was würdest du machen? Mich mit Nahrung und Waffen voll packen und meine Wohnung zu ner Festung umbauen. Ja, ja, zu ner richtigen, krassen. Am besten dann alle zusammen in dein Haus. Ja, dann auf jeden Fall. Oh, wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Und vor allen Dingen, der Dumme ist ja auch, wie willst du so ne Infektion verhindern? Wenn die einmal da ist, ist sie für immer da. Ja. Hä? Woher gehst du denn? Ja, was hast du nicht gesehen? Der Zeiger? Warte mal, ich mach mal eben hier so rum. Aua, Aua. Ja, wer ist der? Ach, hier um der Ecke. Ah. Und der hat nen Führerschein. Schon lange. Alter Sack. Wir müssen jetzt gleich zu Fuß. Ah, okay. Der Wagen ist eh Schrott, ne? Ja, nicht wirklich, aber... Können wir den schubsen? Ging nicht. Wolltest du da reintreten? Ja. Hättest du da gehabt, wenns denn gefunst hätte. Aber nein. So, der Mann mit dem Morgenstern ist da aus Holz. Was hat denn für ne Scheiße? Ein Holz-Morgenstern. Ja, bricht direkt auseinander. So ne Deko-Waffe. Oh oh. Da macht den Zombies nix. Ich höre krasse Musik. Ich nicht. Oh oh. Geh mal hier runter. Okay. Oh mein Gott. Schwarze Menschen. Was sind die denn so groß? Ja. Ne? Das sind Schläger. Ne? Das sind irgendwelche krasseren Gegner auf jeden Fall. Ach, das sind die wieder eine Endboss. Na, so stark auch nicht, glaube ich. Ey. Mein Gott. Einen schlafen. Ich bin direkt auf dem Boden. Was geht denn ab? Warte. 76 Schaden. Macht das besser. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh wow fuck. Ich bin grad voll am Arsch. Peter. Oh hier ist noch einer. Alter, was ist denn jetzt hier? Oh oh. Das ist echt krass. Achtung. Wow. Der war gut. Ey, ich glaub da steht noch einer auf. Ja sehr. Guck mal. Der wollte grad aufstehen. Krass. Ausforderung. Geschafft. Ich bin tot. Echt? Ja. Ich bin kurz zum sterben. Es haut doch endlich. Sauber Raserei aktiviert. Wie geht das? Ah, mit einem Schlag getötet oder? Ne, Kombo. Boah, jetzt bin ich voll im Arsch. 600 EP. Wie krass. Und ich kann schon wieder fast Raserei machen. Hä? Also das müsst ihr mir nochmal erklären, Leute. Toll, ich mach die Taschen auf und du nimmst raus, ne? Ja normal. So, ich hab jetzt ein Level Up. Oh, warte ich nimm mal überleben. Ich skill jetzt überleben. Ich nicht. Tiefere Taschen. Tiefere Taschen. Oh, cool. Sowas gibt's. Scheißegal. Wird scheißegal. Toll, wenn ich meine Waffe wegwerfe, hab ich 15% Chance sie wieder in der Hand zu haben danach. Voll realistisch. Richtig. Ja. Okay, das stimmt. Hier sind voll die... Alter, wo du dran vorbeigehst, hier ist ein Telefon, ein Draht, Geld. Boah. Ich will Zombies, Mann. Ich hab wieder einen. Ich hab wieder einen. Boah. Boah. Was ist denn überhaupt? Hä? Da drin? Nein, drumherum gelaufen. Achso. Boah, du brauchst dringend was zu essen. Oh, ja. Hast du nix im Inventar? Ähm. Doch, ich glaube schon. Verschiedenes. Baupläne, Ausweise. Meine Keule ist voll abgelutscht. Ähm. Verbände. Können nicht benutzen. Oder Schmerztablette. Fallen lassen zurück. Alle. Schmerztabletten. Also irgendwie, äh. Versteh ich nicht. Warte mal. Das ist Alkohol. Ah. Ich hab was gesoffen. Ja, lol. Jetzt bin ich nur besoffen. Hat mir sonst nix gebracht. Wie geil ist das denn, Mann? Ach. Ich bin betrunken, yeah. Oh Gott. Ach, verdammt. Ich bin hacke dicht. Das ist wohl die Hauptquest, ne? Was wir jetzt gerade machen. Ja. Ich glaube, du musst die Quest auswählen. Ich kann das gar nicht, weil du doch der, ähm. Achso. Der Horster bist wahrscheinlich. Ah, kann sein. Egal, dann machen wir das jetzt. Es ist zwar schwierig, aber egal. Ja. Ah, trinken. Oh, oh. Ich höre mich. Da haben wir da welche. Oh. Der hat Hunger. Der hat richtig Hunger. Oh, ich kann nicht machen, weil ich keine Energie habe. Ach, da dran liegt. Da hatte ich gerade auch das Problem. Hallo, ist denn noch jemand? Hier, lecker Fleisch. Boah, ich... Was für ein Scheißspiel, ne? Warte, ich muss da kurz warten. Ah. Tut mir leid. Zack. Boah, wie ekelhaft. Komm ich hier rein? Genau, schwaches Messer, aber nötig Stufe 14. Stufe 14. 14. Ja. Können wir ja noch eine Stunde warten, ne? Eine Stunde. Zehn Stunden. Oh. Ich will was Epiges. Ich auch. Lucy? Oh. Oh. Woah. Fuck. Ich bin... Ich bin tot. Der hat mich umgeworfen. Ne, der Hector. Der reift an. Aufstieg. Level up. Lol. Weißt du, wo ich bin? Ne. Drück mal B. Bei dem... Bei dem schwarzen bin ich. Und mein Charakter drückt in irgendeine Richtung. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Wie dumm. Ich drück gerade gar nichts. Und B hat noch nie was gebracht. Nein. Nein. Mein Charakter drückt gerade in... Na... Nach links drückt der. Ja. Alles dann mehr. Ja toll. Bei welchem... Bei welchem schwarzen? Ja da wo wir am Anfang gestartet sind. Also bei dem in der Basis. Echt? Ja. Obwohl da sind nur 200 Meter bis zu dir. Nur. Alter, ich höre überall Zombies. Ich lau. Ich renne jetzt einfach mal zu dir durch. Ne, ich laufe zu dir. Wir sind ja noch nicht fertig. Oder doch? Ne. Ja, also dann, bleib da. Lol, ich kann ja voll die Berge hochspurten. Wie geil. Ach, ich habe keine Questanzeige mehr. Merkwürdig. Dann sind wir doch fertig. Okay, das war knapp. Boah, Alter. Ich höre von allen Seiten irgendwelche Leute. Ja, die Zombie-Invasion ist schon etwas stark verbreitet, ne? Oh, guten Tag. Oh, nee, ey. Hier ist einer, der einen Geld schuldet. Was hat denn für ein Ochse? Am besten auch ein Zombie, ne? Yeah. Hey, hör'n. Wenn du mir die Schlüssel bekommst, wir spüren die Schlüssel. Jetzt komme ich zu dir. Jetzt muss ich ins Wasser, ey. Ist ja eklig. 90 Meter noch. Geh' mal zurück, als du die Schlüssel hattest, okay? Gut. Jetzt habe ich mir irgendeine andere Quest angenommen. Hier wirst du überall häufig mit Quests. Oh, oh. Oh. Wow, fuck. Kommst klar? Ich bin im Wasser, ich... Wow. Ja, genau. Genau. Ein paar Zombies im Wasser, die mich töten wollen. Echt nice. Hammer. Ja, hätte ich gerne. Ich kann den Hammer runterwerfen. Oh mein Gott, ey. Wirst du die Filii grad hinter mir her sein müssen? Oh, fuck. Warte, ich seh' dich. Entspann' mich erst mal. Hier hinter der Hecke. Ja. Oh. Oh, jetzt komm' ich da nicht hoch. Ich geh' zu viel. Oh, boah. So, ich bin da. Hallo? Ey, ich komm' hier... Was war denn das für'n Bug? Alter, der... Da waren grad so viele. Ey, jetzt muss ich da runter. Wähl mal bitte ne Quest aus, irgendwie. Ähm. Äh, ja. Questgeber. Vielleicht kann ich den Winter Quests da oben. Welcher ist ausgewählt? Ich kann grade... Hä? Jetzt hab' ich eine angeklickt und jetzt ist auf einmal ein Mannequin daneben. Ja, genau. Dann ist die, ähm... Aktiv. Ich kann nur das eine verfolgen, irgendwie. Ne, du, du. Ah, jetzt hat er wieder gewechselt. Auf Sendung. Jetzt, hä? Der switcht irgendwie... Ja, egal. Warte, ähm, wähl mal eine aus. Hab' ich schon. Ne, klick mal durch. Die ist zu weit weg. Klick mal eine, ähm, die hier in der Nähe ist. Äh... Du klickst durch, ich guck, wo die sind. Und? Ist was? Ne, 462 Meter. Da? Auch. Ne, ist wahrscheinlich erst, wenn du rausgehst. Ja, ne, das ist... Ne, das ist... Der wählt hier irgendwie nur zwischendurch mal ne neue an. Das ist ganz komisch. Ich kann die auch... Hä? Grad hat er doch die da oben angewählt, oder nicht? Jetzt ist angewählt ne neue, oder nicht? Ja, 450 Meter haben wir, bist du fest. Und das? Auch. Das? Oder ne, warte. Warte kurz, hier sind grad Zombies. Ich versteh' das nicht. Quests? Ach ne, warte. Alles klar, jetzt... Jetzt hab ich's verstanden. Dieser Kopf, der daneben ist, das ist das, was du ausgewählt hast, beziehungsweise ich. Ach so, oh. Oh. Also müssen wir jetzt beide dieselben auswählen, am besten. Okay. Was sollen wir nehmen? Toy Story? Ähm, Toy Story war doch mit dem Teddybär. Ich hab da den Teddybär gesehen. Ja, dann passiert mir am Anfang, ne? Ich hab den Teddybär bei dem einen Typen gesehen, wo ich grad gestorben bin. Ach so. Ne, 243 Meter bis zum Teddybär. Oh. Alter. Ist hier nicht nur jemand in der Nähe? Zeit tot schlagen. Rede mit Sinam. Oh, lol. Ich war grad bei denen, wo wir hin müssen. Ach, vielleicht bin ich grad auch gar nicht richtig gestorben. Vielleicht muss ich da hin und wo Timo... Obwohl, wieso bist du denn da nicht hin? Das hier gibt alles keinen Sinn. Wir sind total verpeilt. Ja. Komm. Komm und schnapp sie dir. Hä, ein Tritt tot, geil. Boah. Boah. Voll die Kante hier. Oh. In dein Gesicht. Ach so, ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, voll in ne Eier. Der tut mir leid. Ist da ne Eier? Ne, warte, hier ist meine Quest. Womel gehst du her? Ja, das meine auch. 220 Meter. Freck, freck. Brauch unbedingt was zu essen. Oh. Ins Gesicht. Mit Zeitlufe direkt. Ich nehm mal eine andere Waffe. Ah, ich sollte auch mal ne andere nehmen. Man ist schon total abgebrochen. Ich nehm jetzt ein Brecheisen. Eier Brecheisen. Da. Sind zwei. Ähm, du bist ja ganz woanders. Und warum? Ja, weil du nicht den Weg folgst, den wir gehen müssen. Oh, hinter dir ist auch einer. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Vielleicht down. Ich auch. Oh, fuck. Der ist neuner. Bam. So. Hilfe. Wo bist du denn? Ich bin fast tot. Boah. Hab ich mich gerade erschrocken, man. Mann. Weil ich hab grad nen Zombie erwartet. Mein Gott. Und dann kam ich. Das hat man sogar gehört. Wegen dem Großmembraner. Ah. In wenigen Minuten ist er da. Wechsel. Yeah. Sag mal, wo ist der? Hä? Der Weg ist auch echt komisch, der ja angezeigt wird. Anstatt man da für den Busch da runter springt. Nein, man geht den ganzen Weg einmal rum. Hat sich sehr beunruhigend angehört. Ach guck mal, hier ist unser Base. Ja, da müssen wir auch hin. Da ist nämlich der Sumo-Nasi-Samo-Sasi. Ja komm, dann geben wir die eben ab. Sumo-Sasi, Sumo-Sasi. Spitzname für ihn, weißt du? Ja. Konnte ich mir leichter mehr erinnern als ein echtes Nah. Ja. Brecheisen. Ich reparier das mal eben. Ja. Möchte ich reparieren. Natürlich. Und jetzt upgraden oder modifizieren. Wieso kann ich das nicht... Ah. Ich brauche Nägel. Was redet der für eine Scheiße? Wer, ich? Pass auf, nach dem Part, wir gehen jetzt hier nochmal eben die Quests ab und dann machen wir mal eine Zockpause. Ja. Weil ich meine, in der Base zu beenden ist ja auch nicht schlecht. Richtig. Gefickt eingeschädelt. Oh mein Gott, warte, ich gebe dem Arzt eben seine Tasche. Kommen wir noch mehr Kohle. Wow, 700 EP. Errungenschaft. Habe ich nicht mal ein Level? Hä? Schlagmann. Der hat eine ermüdende Sichel. Oh, ich habe echt ein Level gehabt. Ups. Hm, ja. Es geht gut. Ja, gut. Wollen wir. Warte, ich habe ihm die Kette abgegeben. Mein Schatz. So, alles klar. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschö.